Wohl wahr, in der zweiten Hälfte sind gerade sechs Minuten gespielt, da ist die Partie wieder ausgeglichen, wenn auch auf eher mauem Niveau. Kakao, der Torschütze, auch hier glauben viele an Abseits, doch die Zeitlupe zeigt, da steht noch einer drin im Hertha-Tor, Cahit nämlich. Der Treffer also in Ordnung, verdient ist er sowieso. Wenig später hat die Mannschaft...